das ist schon wieder nichts wahrscheinlich du hast nichts mehr noch habe ich noch so das kommt jetzt da rein und dann bräuchte diese blauen wie ging die noch mal in sechens pipes und ich finde das so geil dass du auf eine stimme machen kann ja das ist auch das beste und du kannst ja auch warum spackt meine maus gerade rum i don't know ab ist dazu die block centos ist so ist alles so teuer und der table dafür steht immer noch draußen und muss den mittelwein nicht rein alles das ist so viel etagen das werde ich schon an deiner stelle schon links im reingebaut das natürlich dann blöd einer aber wenn du das nicht weg machst so schlau bist du nicht jetzt kommt hier so ein slime hoch gehüpft hast du die slimes kaputt gemacht oder was ich bin ja schon gewundert und die kleine habe ich am leben gelassen die tun wir jetzt bei mir eher im gebiet rum hier bist du ja auch gemeint zu dir ne da kommen diese angehüpfte so sack sack wow kleine slimes geht mir nicht auf den sack 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 so kann man die dinger nicht drehen toll was denn ne schon gut ums raumschlüssel brauchst du nicht wissen stirbsslime ich weiß dass man mit dem schraubschlüssel drehen kann hä wo ist denn jetzt dieser kleine slime oh man ey centos er hätte sich nicht auch besiegen können die kleinen dinger hier die hüpfen jetzt überall hier rum nö scheiß dinger hatte ich keine lust so da merke ich cool das merke ich gerade und das merkst du dir ne ja und das merke ich mir da gibts rache ach komm hau ab rache auf der feinsten art deiner bösen mine ja 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 ist gut nein noch nicht wir wissen schon alle dass du so'n kleinen dach schaden hast hey ich weiß es denn 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 ich bin crazy denn 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 dort ist mein sünder meckere ' bla 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 bb den D ich habe ein bisschen viele eisen blöcke ja ja jaja eine hohe voulu kiste auch geht um eisenblöcke die tonne aus goldblöcke können noch ein blöcke machen so bei irgendeiner tatsächlich so ach ich brauche noch lapis lazuli blöcke ach kein eisen zinn war es ja die blöcke kann ich hier lassen so jetzt wollen wir hoffen dass die bäubels das auch können die ganzen truhen was denn mit dem station pipes dass er merkt was ich da was in sich im bäubel befindet ja das kann mir das geil mit dem palz mit den station pipes noch nicht man bist du schlecht er weißt du auch nicht ob es mit den station pipes funktioniert aber ich hätte zwar ausprobiert na egal noch ist noch funnier pipi und papa weiß ich nicht so noch einmal zucker 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 kann hier rein denn weiß hat immer was läuft bei dir falsch gerade hat da kommen kürbisse noch ein jetzt fehlen noch die eier oh ich bin bekloppt nein der bekloppt song bekloppt bekloppt ja du hast du die eier geklaut wo sind meine eier nachher doch hier doch ich trotzdem zu wenig wenn das schon hat ich so cheaten ich 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 nein das brauche ich hier nein doch jetzt werden noch die mal so geändert so einfach von den slabs habe ich ganz ganz viele drin nur von den holz stämmen wird immer wir sind wir zwischen den holz stämmen und von den barrieren macht so alles automatisch ach es passt doch gerade obwohl ich könnte da eigentlich passen gemacht eigentlich eine schmaragd pipe hinsetzen was nicht passt wird passend gemacht schmaragd pipe dann brauche ich keine diapipe sack so okay du bist ein sack jetzt wird den weg drunter gemacht und fertig so das potenzial suchtspiel nummer eins pokémon dann platz mir natürlich doch zack zack platz mir aber reicht der kragen die platz immer der kragen kragen man müssen wir haben eine nase putzen so das 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 kommt da rein das auch warte mal kurz heise nein irgendwas treiben sie gerade bei uns draußen ich weiß nicht was viele bekloppte leute draußen bei uns ah und du bist was hast du ne ich sitze hier drinne bin am aufnehmen du Arsch acht neun zehn elf zwölf 13 14 15 16 17 13 17 21 15 18 72 ja, ungefähr 15.30 reicht nicht reich nicht mal schauen ich nicht wie wollte ich jetzt damit kommen ja 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 leute bei mir wird nur 5 eine stunde 8m hatte ich hier alles gesetzt hier haben die natürlich natürlich 1 ich muss das haus oder die bärwitz so die immer fertig nein das nicht muss die ganzen bärwitz verschieben weil die falsch sitzen aber ich glaube kaputt nach die bärwitz wenn man die abhaut ist aber zumindest mal so gehört wenn du die großen kaputt ne ich krieg mein bärwitz wieder und das dem menschel teil geht kaputt also geht raus und die dem menschen werden wir auch relativ gewesen hätte ich mir für das neue gemacht fertig ist ja nicht so dass es kostet ist dark iron und so ein rotz so meine ich das gut enderpellen müsste ich eben kräften alles kein problem warum hast du nicht aus eisen mache ich doch warum warum habe ich bloß unten im keller den die eine turtle die alles umwandelt weil du gerade mein ist dann musst du ja muss ich wohl auch enderpellen machen ich muss enderpellen machen brauchst du doch dafür wofür für das extra dimension ach so ja ja da brauchst du enderpellen für und blaze watts deswegen habe ich die blaze watts maschine dahinten angeschmissen beziehungsweise so gebaut ich baue nicht für mich ich baue sogar fast für dich ja was das ist ja mehr oder weniger ein gemeinschaftsprojekt also ist es nicht mehr oder weniger bratwurst was wir immer machen eigentlich doch jetzt habe ich keine eisenpipes irgendwann müssen wir uns mal zusammensetzen und einen platz auf der karte suchen und dann zusammen was bauen ne warum keine ahnung haben wir nur so was denn bauen irgendwas gemeinschaftlich haben wir doch das borne haus was vor der aufnahme hingesetzt wurde ja reicht auch oder nicht 1 2 3 4 5 6 7 8 aber ich weiß noch wie jenny sagt dass er verzaubern gemacht hat also Tom kracht ja aber ich habe noch nie irgendwo was stehen sehen von ihm ich weiß nicht was du mich auch habe ich irgendwas gesagt nö du hast nur ins mikro gepupst cheat was so jetzt kommen die hühnchen dran du bist so hühnchen ja stimmt ach ja kluck 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 ja ich brauche was zu trinken schön es halt, ob du alt wärst bin alt ach so ja gut da hast du recht aber sonst ist das alter nicht bestimmt sondern die geistliche größe und die ist bei mir größer als bei den anderen so jetzt will man jetzt hoffen wir dass es funktioniert ach bei dir geht gar nichts, bei dir geht alles kaputt, weißt du doch oh es funktioniert mit den Barrels und den Station Pipes, yes! Geil, so jetzt muss ich sie nur noch automatisch abfüllen, damit ich automatisch Kuchen nur noch drücken muss entweder Gyserkuchen, oh ich muss noch einmal, lassen sich einmal in Barrels decken mit Milch aber wenn das jetzt noch funktioniert ne? ich glaube das geht nicht wenn das funktioniert dann würde ich mich A kaputt lachen, dann habe ich mir ein Stück Schokolade, weil ich mich gefreut habe und weil ich Hunger habe ich glaube das geht nicht ich probiere es gerade aus mit zwei Arme aber ich glaube es nur, ganz genau weiß ich das nicht ja sonst ist es egal ok, so stacken sie sich schon mal nicht ich weiß aber im 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 im